Dem Renault-Talisman-Kunden stehen zwei unterschiedliche Dieselmotoren mit einem Hubraum von 1,6 Litern zur Auswahl. In der Version Energy DCI 130 entwickelt er eine Leistung von 96 kW und ein maximales Drehmoment von 320 Nm. Angeflanscht können ein 6-Gang-Schalt- oder ein 6-Gang-EDC-Doppelkupplungsgetriebe sein. Die leistungsstärkere DCI 160 Version mit Twin Turbo leistet 118 kW und stellt dem Kunden ein großzügiges Drehmoment von 370 Nm zur Verfügung. Dieser Motor ist mit einem 6-Gang-EDC-Doppelkupplungsgetriebe verbunden. Beide Motoren entsprechen dem neuesten Stand der Technik und realisieren niedrige Kraftstoffverbräuche, stoßen wenig CO2 aus und das bei maximalem Fahrspaß. Untertitelung des ZDF für funk, 2017